Sport, auch Sportveranstaltungen am besten mit Publikum trotz Corona. Wie soll das möglich sein und was brauchen die gut 15.000 Sportvereine in Österreich? Das besprechen wir jetzt live mit dem Präsidenten der Bundessportorganisation Sport Austria, dem ehemaligen Landeshauptmann des Burgenlandes Hans Niesel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Herr Niesel, wir haben soeben gehört, welche Zuseherbeschränkungen momentan gelten. Ab Montag etwa gar keine Zuseherinnen in Orangenbezirken in Niederösterreich. Wie finden Sie das? Zunächst möchte ich dem LASC gratulieren, der soeben einen tollen Erfolg eingefahren ist. Als Sport Austria Präsident ist es mir ein Anliegen. Großer Erfolg für den LASC, für Österreich. Gratulation zum Sport und zur Sportkultur in Österreich. Natürlich ist der Sport massiv betroffen von der Corona-Pandemie. Der Sport durchläuft eine sehr große Krise, sowohl der Profisport als auch der Breitensport. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Unterstützung, die hier der Bund anbietet, mit 35 Millionen für den Profisport, ein Teil der 700 Millionen auch für den Breitensport, dass das eine gute Einrichtung ist. Aber die Corona-Verordnungen, das ist ein Chaos. Also ich glaube, dass sich kaum jemand mehr auskennt, wie die Verordnungen gehandhabt werden. Es gibt auf der einen Seite internationale Regelungen, es gibt nationale Regelungen und dann gibt es die Regelungen in den Bundesländern, die ganz unterschiedlich sind. Also hier wäre es natürlich von Vorteil, wenn es in Österreich einheitliche Regelungen für den Sport gäbe, dass auch nicht nur die zu sehr Anzahl, sondern vor allem die Größe der Veranstaltungsstädte entscheidend ist, wie viele Zuschauer eben dabei sein können. Ich glaube, das wäre wichtig. Wenn ich da kurz einhaken darf, haben Sie ja auch im Juli schon gesagt, also Sie haben gesagt, man sollte weggehen von absoluten Zahlen, sondern das abhängig machen etwa von der Stadiongröße, weil ein Ernst-Tapel-Stadion ist nicht einmal ausgelastet, wenn da einige tausend Menschen schon da sind. Heißt das unterm Strich gesagt, die Maßnahmen, so wie wir sie jetzt haben, auch die Geisterspiele in orangen Bezirken, das halten Sie alles für nicht richtig? Ich halte das für, das muss man überdenken, denn es ist doch sinnvoll, erstens ein gutes Konzept zu entwickeln, das Konzept auch tatsächlich umzusetzen, darauf zu achten, dass es umgesetzt wird und dass vor allem die Größe der Veranstaltungsstädte entscheidend sein muss, wie viele Zuschauer hineinkommen. Das wird natürlich auch in anderen Ländern so gehandhabt. In Österreich haben wir immer die fixen Zahlen, unabhängig von der Stadiongröße. Es ist ja ein Unterschied, ob im Happel-Stadion, wo 47.000 Menschen Platz hätten, einige tausend sind oder ob in einem kleinen Stadion die gleiche Anzahl ist. Also das ist nicht verständlich, da sollte man umdenken. Ja, die Frage ist nur, ob sich dann Infektionen vermeiden lassen. Der Corona-Krisenstab des Landes Niederösterreich sagt, etwa Infektionen können trotz Präventionskonzepten passieren, in den Kabinen, im Zuschauerbereich, vor allem im Kantinenbetrieb und auch beim Abströmen von Zuseherinnen und Zuseher. Man stelle sich vor, die U-Bahn-Station nach dem Einstapel-Stadion, wenn da zehntausende Leute sind. Ist das für Sie kein Problem? Also wir haben direkt bei der Sporthausübung noch keinen Cluster in Österreich nachvollziehen können. Das Problem könnte sein, dass nach dem Spiel vielleicht die Zuschauer zusammenkommen, aber wenn sie nicht nach einem Fußballspiel zusammenkommen, dann wissen wir, dass es schon andere Punkte gegeben hat, wo die Menschen zusammengekommen sind, wo sie gefeiert haben. Das ist Aufgabe... Ja gut, aber nicht in der Anzahl von zehntausenden Menschen, oder? Ja, von zehntausenden war ja nie die Rede. Und zehntausende Zuseher hat es ja bei keiner Sportveranstaltung in den vergangenen Monaten gegeben. Was wäre eine Anzahl, etwa beim Ernst-Happel-Stadion, wenn wir da bleiben, wo Sie sagen, das wäre gut, wenn man so viele Leute dazu ist? In Bayern werden ca. 20% des Fassungsvermögens für Zuseher zugelassen. Also ich kann mir durchaus einen Wert von 20-30% vorstellen. Da braucht man ein entsprechendes Konzept und sieht man, ob es 20, 25 oder 30% sind. Und dann muss man natürlich darauf achten, dass auch bei kleinen Vereinen, also nicht nur bei den Profivereinen und im Happel-Stadion oder in der Allianz oder der Generale Arena, sondern wenn ein Fußballverein oder ein Sportverein in der Landesliga spielt, wenn er Indoor spielt, Outdoor spielt, dass man natürlich auch auf das Verantwortungsbewusstsein appelliert, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich an die Regeln zu halten. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Diese Appelle haben wir jetzt auch schon vielfach gehört. Ich möchte ganz kurz zum Finanziellen kommen. Was brauchen denn die Vereine Ihrer Ansicht nach von der Regierung? Wir haben den Fördertopf gehört, der kurz angesprochen war im Beitrag, wo jetzt diese Antragsfrist eben ausgelaufen ist. Die Vereine brauchen eine Verlängerung. Also es gibt hier von meiner Seite und von Sport Austria einen klaren Standpunkt. Solange die Pandemie anhält, brauchen die Vereine eine Unterstützung. Wir haben 15.000 Sportvereine in Österreich. Da sieht man, dass wir eine sehr lebendige Sportkultur haben. Die wollen wir natürlich erhalten mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten. Jeder kann entsprechend seinem Talent und seinen Interessen Sport ausüben. Und diese Vereine müssen so lange unterstützt werden, solange durch Verordnungen die Zuschaueranzahl limitiert wird. Und damit auch die Gastronomie limitiert wird. Und damit die Einnahmen reduziert werden. Und diese Unterstützung braucht man, solange eben die Pandemie andauert. Also da braucht es Unterstützung, sagen Sie. Herr Niesl, wenn ich Sie schon einmal da habe, erlauben Sie mir bitte noch eine kurze Frage zu einem ganz anderen Thema. Ihr Nachfolger als burgenländischer Landeshauptmann, Hans-Peter Doskozil, hat für Diskussionen gesorgt, als er meinte, er sei in der Migrationspolitik nicht dafür, dass Österreich Flüchtlinge Menschen aus der griechischen Insel Moria aufnimmt, auch wenn das die Bundes-SPÖ anders sieht. Was ist denn Ihre Haltung zu diesem Thema? Also ich gebe meine Meinung zum Sport ab. Ich möchte die aktuelle Tagespolitik auch nicht kommentieren. Ich habe meine eigene Meinung dazu, die eben, die aber nicht unmittelbar mit dem Sport zu tun hat. Ich möchte die aktuelle Tagespolitik nicht kommentieren. Aber es wäre ganz interessant, Sie hatten dieselbe Position wie Herr Doskozil, bis vor zwei Jahren noch inne, waren über 30 Jahre lang als SPÖ-Politiker aktiv. Natürlich. Sie haben es richtig gesagt, ich war als SPÖ-Politiker aktiv. Ich bin es nicht mehr. Und ich habe mir fest vorgenommen, die aktuelle Tagespolitik jetzt und auch in Zukunft nicht zu kommentieren. Herr Niesel, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Danke sehr.